McDonalds möchte nicht, dass du diese folgenden Videos und das folgende Material siehst, aber warum? Einige von euch wissen, dass Ronald McDonalds schon vor einiger Zeit gebannt wurde. Fragt euch jetzt, wieso? Es gab eine Zeit lang, eine sehr, sehr düstere Zeit mit Clowns, und zwar die Killer-Clown-Zeit, ja, wo Clowns überall herumgelaufen sind, Leute fast umbringen wollten, Menschen wirklich gestorben sind wegen diesen Interaktionen und da hat sich McDonalds gedacht, hey komm, Ronald McDonald ist vielleicht nicht so die beste Idee. Aber auch davor gab es schon sehr seltsame und sehr creepy und gruselige Sachen, wo McDonalds niemals will, dass du sie siehst, aber genau das gucken wir uns heute an. Wenn es euch gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben, da schaffen wir 5000 Likes, let's go, rein da. Wir fangen an mit einer Werbung von McDonalds, die früher so ausgestrahlt wurde. Okay, also er sagt, was würdet ihr gerne machen? Und er sagt, okay, er redet mit Kindern, die Kinder sagen, wir wollen eine Party, er sagt, welches Essen wollt ihr, sie sagen McDonalds. Bro, wie creepy das schon aussieht. Das lief wirklich im TV. Okay, er holt Pommes raus, er holt Cheeseburger raus. Er sagt Shakes. Bro, das ist wirklich das originale Audio auch, ne? OMG. Bro, da kommt einfach ein Kind aus der Tüte. Oh mein Gott, ich krieg Gänsehaut. Digger, der hat grad gesagt, es passen auf jeden Fall große Dinge. Du kriegst sehr viele Dinge in diese Tüte rein und schaut das Kind dabei an, so einen auf. Ey, das Kind kann man so mitnehmen. Bro, what the heck? Ronald McDonald, Digger. Also wirklich, diese Werbung. Das ist eine echte Werbung von McDonalds. Die lief so. Und aufgrund von diesen ganzen Werbungen und sonstiges fingen immer mehr Kinder an, auch Angst zu haben vor Ronald McDonalds. Es wurde immer creepier und immer mehr Eltern haben sich auch ein bisschen Sorgen gemacht und dachten sich so, hey, was um alles in der Welt geht denn da vor sich? Und was geht da ab, Mann? Ja, und dann wurden irgendwann Videos veröffentlicht, die irgendwie, also keiner weiß so, woher die kommen, ob die irgendwie jemanden Fan gemacht hat, ob die von McDonalds selber sind, was auch immer. Aber das sind die folgenden Videos. Okay, ein Telefon klingelt. Und eine Frau geht ran. Niemand ist am Telefon. Gut, das war's dann auch mit meinem Schlaf heute Nacht. Bro, what the heck, Mann, was ist das? Digger, ist mir so egal, ob das Fan-Mate ist, ob das von McDonalds kommt. Bro, das ist creepy, Mann, sein Daddy. Alter, also ich hab mit vielen Videos gerechnet, aber nicht mit sowas. Ich mein, Junge, stell dir mal vor, du gehst zu McDonalds, schön, Kinderparadies und so, und am nächsten Tag siehst du dieses Video auf einmal am Fernsehen, im Internet oder sowas. Als Kind, Mann, Bro, du willst doch nie wieder zu McDonalds, oder? An sich sowieso, Clowns sind so gruselig. Wer will einen Clown? Ich frag mich immer noch, wer will zum Geburtstag einen Clown? So, das ist doch creepy, Mann. Aber es hört dich auf mit den creepy Sachen, denn McDonalds hat sich dann irgendwann 1900, irgendwas, 1950 oder sowas gedacht, hey, komm, sollen wir nicht irgendwie ein McDonalds Land machen? Also so quasi so ein Land mit all den McDonalds-Figuren und sowas. Das ist der creepy Trailer dazu. Also das ist die originale Version von dem Trailer für McDonalds Land. Das ist nie gemacht worden. Einmal könnt ihr überlegen, warum. Weil es einfach creepy ist. Also ein Clown, der schon mal mit zwei Kindern, das könnte in so einem Horrorfilm sein. Ich krieg Gänsehaut. Bro, das kann wirklich... Digga, das sieht aus, wenn der Clown die zwei Kinder einfach mitnimmt. O-M-G. Alter, Falter. Zu McDonalds. Zu McDonalds. 50 und da irgendwie mit euren Kindern dahin gehen wollt, dann wahrscheinlich sagt ihr, ey, komm, Geburtstagsparty, auf geht's, alle heute mal zu Timmy. Wir gehen ein, zum McDonalds. Nee, digga, nee, 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 digga, nee, 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 da bin ich raus, Bro. Ich hab echt Gänsehaut am Körper. Ich hab echt Gänsehaut. Okay, das ist jetzt... Oh nein, das ist wieder eins von diesen Werbedingern, wo ich vorhin gesagt hab. Oder was heißt Werbedingern von diesen Videos, wo keiner weiß, wo die herkommen? Bro, bitte keinen Job. Bro, what the heck, man? Wer kommt auf sowas? What the heck, Bro? Wer macht sowas? Wer macht sowas? Broski. Und was soll das heißen? Was sagt der? Was sagt der Macken-Ronaldo? Ich hab Ronaldo verstanden. Süß! Ist Ronaldo dahinter? Wer kommt auf die Idee, diese Ronald McDonalds-Hand durch diese Tür so, sozusagen creepy? Das ist ganz gewollt auf düster. Man weiß nicht, was abgeht. Wieso gibt's diese Videos? Okay, was haben wir hier? Das ist wieder so ein Video. Junge, hör mal, ey, jetzt mal, okay. Yo, jetzt mal really, 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 okay? Man hat Angst, es gibt einen Punkt, so du hast Schiss. Bro, ich kack mich grad ein. Ich kack mich grad ein. Das ist so creepy. Weil das diese Sachen, die keinen Sinn machen, die so aus dem Nichts kommen, wo niemand weiß, woher kommt das. Was ist das? Alter, das gilt einfach. Und das in Kombination mit diesen alten Videos, die ja wirklich ausgestrahlt wurden. Ich kack mich echt ein. Also kein Wunder, dass Ronald McDonalds nicht mehr da ist. Okay, wir haben jetzt anscheinend eine Aufnahme, wo Ronald McDonalds sich nachts bewegen soll. Also eine Puppe, die quasi draußen auf der Bank sitzt. Okay, dann schauen wir mal. Irgendwie vielleicht der Kopf ganz leicht, die Arme, guck mal genau hin. Oder irgendwas muss gleich... Bro. 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 Bro! Nein, ernst! Wir wurden bamboozelt, bro! Bro, das war's! Das ist... Oh, Mann, Digga! Digga! Ja, wir wurden absolut geprankt, Digga! Wir wurden geprankt, Leute! Geprankt! Man, die haben wir bekommen! Ja, ich hab wirklich zu 100% gedacht, jetzt bewegt sich Ronald McDonalds. Ich dachte wirklich, mit den ganzen Videos davor, ich dachte, da kommt jetzt auch ein echtes Video. Bro, wir wurden einfach so finastiger. Das war's! Game over, Mann! Wir wurden alle Kopfädiger. Tschüss, Alter! Man muss schon sagen, sehr creepy Video. Also das maximal gruselig. Das letzte Video, das hat mich gekillt. Also wie der sich bewegt hat, das war auf jeden Fall nicht mit PC animiert. Das war einfach nur creepy. Aber, mein Name, Ren, es gibt noch mehr Videos, denn es wurden auch sehr seltsame Sachen in McDonalds-Essen mal gefunden und wir gucken uns jetzt die seltsamsten Sachen an, die es jemals in Essen von McDonalds gab. 5 steht der Nagel. Nämlich wollte der 47-jährige Yusuf ganz gemütlich sein McDonalds-Essen aufessen, aber dann hat er in einen Nagel reingebissen. Was? Okay, Bro, also es ist wirklich... Okay, gut. Der Salat ist ein bisschen dunkel. Ah, das ist nicht so lecker. Hier und da. Ein Nagel? Ein verdammter Nagel? Ich meine, okay, man muss auch sagen, das war vor, weiß ich nicht, 100 Jahren wahrscheinlich oder sowas, aber ein Nagel? Digga, ein Nagel? Das Firscht in die Käfer. Nämlich hat sich 2010 der 18-jährige Hayley aus London ein Happy Me bestellt und da waren einfach Käfer drinnen. Der McDonalds-Leiter hat sich dafür entschuldigt und ja, das war's dann auch. What, Bro? Nur ne Entschuldigung? Okay, yo, also musst du eigentlich einfach nur sagen so, yo, ey, pass mal auf, McDonalds, ich mach das ein bisschen publik, Alter, machst ein TikTok davon und ich bin mir sicher, Digga, die kriegen den Shitstorm des Jahrtausends. Also, da hat der Glück gehabt, dass es wahrscheinlich auch vor 50 Jahren oder sowas war, weil jetzt in der heutigen Zeit, Bro, das wäre Game Over für die. Platz 3 stehen die Maden. Nämlich hat ein australischer Maden namens Leigh Sauvage sich ein Big Mac bestellt und wollte gucken, ob die extra Gurken drauf sind. Die extra Gurken waren drauf, keine Ahnung, warum man sich extra Gurken bestellt, aber auf jeden Fall waren die drauf und mit drauf hat er 30 kleine Maden. Bro, also das, das ist wirklich nur noch... Boah, nee, Digga, also echt, Digga, ich kann, ich kann nichts dazu sagen. Ich weiß auch nicht, man, das war... Bro, das ist einfach nur noch ekelhaft. Platz 2 steht da Hühnerkopf. Nämlich hat 2000 eine Frau eine Chickenbox bestellt, keine Ahnung, ob das jetzt 24er ist oder 9er und darin war einfach mal ein kompletter Kopf und ein Huhn. Boah, ganz seltsame Nummer, ganz seltsame Nummer. Platz 1 steht die Ratte oder Maus, keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall hat irgend so ein Typ eine Cola bestellt und sieht am Ende, dass da eine Maus drin ist. Er trinkt die ganze Ruhe auf und dann ist da eine Maus drin. Bro, okay, ich bin raus. Digga, das reicht. Also das reicht. Ladies and Gentlemen, das war ein sehr krasses Video. Also sehr gruselig bis zu sehr eklig, Alter. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal einfach Apfelstudel in die Kommentare, um Leute zu verwirren, okay? Und liked mal gegenseitig eure Apfelstudel-Kommentare. Leute, aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ich öfter sowas machen wollte, lasst ein kostenloses Abo da. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Klickt hier auf das letzte Video, falls ihr Spaß hattet. Bis zum nächsten Mal.